Das Beides Kleriker Team von Falk und Jax werden jetzt ein paar weitere Missionen nach legendärer Loopsucher und Roboter Zerstören begeben. Bist du bereit Falk? Let's go! Der Typ ist gut für Thumbnails, muss man sagen, sehr stoisch der Typ. Steht da, steht da rum und schaut einfach wie ein Bäder ist in die Gegend. Ah, schau, die Roboter werden doch bekämpft von irgendwas, aber wie wird mir meine Loot und meine XP gestohlen? Das geht gar nicht. Ja, komm, Mann. Uh! Verdammtes Viech da oben. Mach es weg, Fall! Uh! Was ist das Dinger? Boah! Jetzt hab ich den rechten Leben geschreckt. Natürlich. Jetzt würde ich keine Super Mario Sounds machen. Mist. Dann hat es auch noch Moves. Das hat Konsequenzen. Das hab ich noch nie gehört von ihm. Was haben sie gemacht, die größte Gegner? Verdammt. 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 Okay. Okay. Mir geht diese DNA-Replikation nicht aus dem Kopf. Wenn das alles wahr ist, wer oder was bin ich dann? Eine Art Klon? Stehe ich damit unter Dawkins Kontrolle? Und warum fühlt es sich nicht so an? Ich hab noch immer meinen freien Willen. Oder nicht? Ähm. Ja. Gibt das Sinn? Eine gute Frage. Und was haben die Dinger dann darum gekämpft, wenn das nicht die Kampfroboter waren? Ist doch eine Drohne, oder? Oder ist das nur Schrott? Hm. Keine Ahnung. Aber Häuserloten. Auch legendärer Loot aus Schauharten. Da schon. Da schon. Da schon. Irgendein Rappenstecher. Ja. Nein. Nur Ritualmesser. Uh. Du schaust nicht gut aus. Schon legendärer Besen als Nachdenklaffe. Mist. Diesmal nicht. Nächstes Mal vielleicht. Ja. Energie ist so weiter gerade ziemlich. Aggressiv runtergerissen. Ich sehe da oben was. In dem Zuge Checks. Nein. Ach komm schon Checks. Den Klimmzug hättest du doch schon geschafft. So. 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 Da ist das Mädchen da. Singen wieder. Ich bin meine Elex Werbung hauen sollen. Nein. Ich habe nichts gefunden online. Ich habe nichts gefunden online. Das sind so viele keine Raptoren. Die kann ich doch snipen oder? Was wirst du dagegen tun ha? Freck rennen? Bleibst du weg? Er lauft weg. Komm zurück. Der Käpt'n Zack wartet auf dich. Da drüben. Ja, du stehst. Da fehlt es zwar, aber ich sehe es. Sehr gut. Mach ihn weg. Gute Arbeit. Mehr Treibstoff, den wir nicht brauchen mehr. Ein bisschen Elex und ein bisschen alter Tropf. Die Menschen sollten ihre Lehren aus den Ruinen ziehen. Das heißt. Ach so. Verdammt. Ein leichter Wetter. Ja, auch Camera One war auch nicht so schwierig. Ähm. Drei, sieben, acht, neun, das hatten wir schon alles. Eins, zwei, sieben, sieben. Okay. Eins. Hey. Geht doch. Aber noch immer nichts Irgenderes. Und dann wahrscheinlich wieder ein Schild. Dass ich diesmal ein extra Video mache. Ein bisschen bereit für den nächsten Kampf. Das ist zwar ein Raptorenkampf. Dennoch sind wir bereit. Da drüben. Ich sehe es. Ich sehe es. Volk, pass auf. Du wirst umzingelt. danger Люber! Und das ist viel. immer einen still. Die haben sich nicht so gut freezen lassen, das ist eigentlich cool, ich lege mich einfach hin und schlafe darüber eine Runde, ob sie die Ratten auch tönen, ich habe noch keine verwandelte Ratte gesehen, wo sind die Ratten nicht mal dafür gut genug. Ja, genau so fängt jeder meiner Tage auch an. Wo war das Ding? Egal, ich muss weitermachen. Damals in der alten Welt hier gelebt zu haben, war zweifelsohne viel ungefährlicher. Naja. Und den da draußen. Was ist das? So weitermachen. Da drauf. Habe ich mir angeschrieben, Falk, keine Sorge. Jetzt ein Zorc wird richten, ne, wird er nicht. Gut, das geht klar. Sehr schönes Teamwerk. Dann haben wir doch ein mächtiger Helltrank. Man trank der Eisenhardt aus der Kunst-Düchen. Der Kunst-Düchen trank. Naja. Dann haben wir bis die Kunst-Düchen wieder gekriegt. Boah. Gänz brauchen wir noch. Was, Marzellen, helfen uns gerade? Gar nichts. Mäh, mäh, mäh. Ja, das habe ich gehört wieder. Ah. Keine legendäre Waffe, eine Sonnenwelle. Mein 6.10. Was geht das für riesig? Okay, unter uns sind die Kampfrobots. Oh, holen wir uns in der Headland. Oh, was, Dörfer? Was, Pentia? Oh, was, Pentia? Oh, Gott, mit dir. Ich helfe dir. Ich glaube nicht, dass das deine Reichweite ist, Alter. Ich bin die Reichweite. 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 Oh, er ist wieder da. Uh, warum tänzeln, warum tänzeln, tänzeln Washington. Uh, die sind so gefährlich, die Typen. Ich sollte die wahre Ausrüstung wieder raufgeben. Bisschen Naschen zuerst. Neue Stufe bekommen. Wie viel Intelligenz kriegen wir zusammen? Nichts. 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 Nein, ich muss das Ding doch weg. Br Bennj mich tej zu. Okay Okay, Gowna Ich bin die ganze Zeit vom Reden im Hintergrund abgelenkt um irgendwas rauszumachen, was Zinner gibt Gute Arbeit Ich bin die ganze Zeit geflogen Ja, hier ist es mit einem beschädigten Orbschwert Ich bin nicht beleuchtet Oh So, zu echt, zu echt, zu echt, zu echt, damit, jetzt schaffe ich es, warte jetzt, der hat echt Schaden gemacht, zu echt, echt. Dann waren wir, glaube ich, schon loten, ein riesiges Gebiet hier. Koffelsalat mit Knoblauchbrot, das macht man doch, oder? Das isst man doch zusammen. Was sagt die Karte unter mir? Ich habe einen heraufgeflogen zu mir. Oh boy, oh boy. Ich geploppt. Gut, schon eine Granate werfen. Das bleibt nicht ungestraft. Ach, schau, ich habe dich bestraft. Recht, meine ich, dich bestraft. Wo ist da was? Hier ist kein Blaster, kein Blaster, Roboter Blaster, macht nicht Schaden. Ich bin schlecht, ich kann sich ein, fahr, b-b-b-b-blaster auch. Im einen Einzelnen. Und so ein Ding auch. Ich misste, fack dich ein. Oh, wo ist denn Buddy hingegrenzt? Er wollte doch zur Unterstützung kommen. Nee, hat sich anders überlegt. Ihr habt gesehen, wie ihr gestorben seid und ist zurückgerannt, dieser Typ hier unten. Oh. Ja, bitter für dich. Oh, warte. Und mit der Fart resetzt. Damit er gut stunnen kann. Na Gott sei Dank, haben sie das eingeführt. Ein nerviges Huken. Wie weit? Kriegen wir rüber. Ach, das ist schon zu spät. Ich habe mich schon in den Kampf gegeben. Weiter, 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 weiter. Jetzt entkommen wir. Ich glaube, diese Roboter können wir eigentlich ignorieren. Wir machen ja unsere Arbeit. Direkt in den Kampf können los rein. Okay. Haben wir doch gerannt. Oh, schau. Oh, schau. Die machen ja unsere Arbeit. Dich kann man doch ignorieren nochmal. Oh, ich sehe nun schon. Sehr schön, sehr schön. Genau deswegen bist du dabei. Oh, Klang des Kriegers. Die Gänze wird das nicht sein. Nein, das ist Stärke. Ohne da mal stecken geblieben. Nein, nein. Das ist ein Superkick. Das ist ein Superkick. Das wird da gehen. Double teamed. Ich denke mir, da habe ich was herfliegen gehört. Ich denke mir, da habe ich was herfliegen gehört. Weil wir sehen, dass die Gegner, dass die Roboter im Gegnergebiet sind und sagen, Ah, die muss ich eigentlich nicht killen. So wie die, die, dich, bloziehe Zahn. Das ist eine Mahlkraft vor für mich. Du lebst ja noch. Gratulation. Du darfst bei einem Menschen getötet werden. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Du darfst mit mehr. Wie viele Roboter fällt es. Ich will jetzt einen Kartoffelsalat reinwirken. Dann geht Jacques schon besser. Dann kann ich mal einen Moli aufklauben wieder. Ja, weil die Missionen alles an Moli glauben. Uh. Ich weiß gar nicht, wie ich den Spezialangriff mal mache. Da drüben! Ach, er macht schon. Ach, das Fall wird schon richten. da muss ich treppen natürlich Weil ich es nämlich nur für die Geräusche mit dir mache. Verdammt! Das war knapp. Es wird weniger. Es ist aber noch einiges zu erledigen, bevor wir uns sicherer führen können. Riskanter Aufenthalt an diesem Ort. Was sagst genau du mir? Wer daherflüchten wollte, Falk, kann ich die Mission irgendwo abgeben? Drück zum. Ja, drück den Dingsbums. Ah! Pff! Jederzeit. Also bevor wir unseren Ansturm auf den Hauptformer in Maracourt angehen, müssen wir noch ein paar Dinge erledigen. Sieht ganz so aus. Ich wünschte, wir hätten Besseres zu berichten. Noch etwas kam gerade rein. Unsere verblendeten Brüder und Schwestern bei den Alps werden schon wieder zu einem Problem. Einige Extremisten der Alps versuchen offenbar, sich mit den Skians zu verbünden. Ich hatte schon befürchtet, dass das irgendwann passiert. Ich verstehe diese Verrückten einfach nicht. Sehen Sie denn nicht, dass das unser aller Untergang bedeuten könnte? Aber was rede ich? Es ist ja immer die gleiche Geschichte mit den Alps. Das Streben nach einer neuen Evolutionsstufe macht sie blind für die wesentlichen Dinge. Ich verstehe. Natürlich. Jetzt gibt's noch Alps zum Töten. Immer was Neues. Verblendete Alps. Ach, vielleicht einen Teleporter wenn dann. Ich stehe doch nur einfach herum. Hallo Brüder und Schwestern. Ich bleibe für ein bisschen Alpmagie auf euch. Immer überscheren. Mit deinem Leben verdammt. Ich kann richtig leben. Uh, die machen auch richtig Schaden. Krass. Da ist aber der Stretkolben hin. dafür blistert für die und was haben wir für leben noch raffenspieße hätte neues machen wenn ich lust hätte da ist er nicht so stark blistert da kommt die Cavalry da 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 Nichts wirklich gut. Es fehlt mich fast in der Animation drin. Ja, der Blizzard ist nicht das Wahre. Ich helfe dir. Da ist das viel besser. Wenn das erstmal richtig Schaden macht dann. Vor allem. Mist. Uuuuuh, gerade noch ausgewichen. Das wäre der Tod gewesen. Eine Granate werfen. Nimm dir ein Schwert raus. Ich sagte, nimm dir ein Schwert raus. Das ist oder? Uuuuhuuhuuhu. Praktischer Rückzug. jetzt haben die wieder volles leben natürlich und beide schießen sie mit der shotgun her das jetzt mit deinem blaster du auch frei fahren mach ihn weg natürlich sind sie stark natürlich sind sie das im fest auf auch auch nicht auf nüsse vielleicht zuerst mit dem verhandeln kann und so ein vorschlag nicht runterholfen von der klippe wir werden ihn runterschößen was sage ich was sage ich was ist das für ein schwert das heißt wir können nochmal upgraden ausgezeichnet wunderbar was haben wir sonst noch die hier haben den kleinen fight was soll ich jetzt die 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 Dump noch mehr. Mach ihn weg! Und für den letzten Fight noch Blizzard rein Da ist es so effektiv Blizzard Dass mich was killt Verdammt 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 Warum macht der solche Geräusche? Oh, was für ein super Kick. Richtig die Enkeln weggekickt. Sehr gut, Fall. Das war's. Und nun? Mal sehen. Die Ruhe wird nicht lange anhalten. Doch denke ich, dass die größten Bedrohungen für uns Kleriker erstmal eliminiert sind. Judicator Reinhold sollte davon erfahren. Ich hoffe, er gibt mir Level Up. Genau das will ich haben. Dann werde ich mal verkaufen und aufrüsten. Ist das noch ein Kampfkornlos von mir? Suchbote, ja anscheinend. Ungelotet auch noch. Dann mal. Was stimmt mit mir nicht? Was stimmt mit mir nicht? Ich suche mir nach am Bett. Wenn er mich keine Fliege anschaut. Da rein hat mir eine Pro-Fist kippt. Ist da alles unter Kontrolle. Alles klar wachen. Mit guter XP. Auch mehr S-Schlag. Die verblendeten Alps werden Maracor nicht mehr zu Gesicht bekommen. Du hast sie schon aufgehalten? Das sind in der Tat gute Nachrichten. Glücklicherweise kann man sich bei solchen Sachen immer auf dich verlassen. Ich bin sehr froh, dass du auf unserer Seite stehst. Sieht so aus, als seien die größten Probleme mit umgepolten Maschinen und verblendeten... Gut gemacht, Jax. Doch müssen wir auch die gesamte Menschheit im Blick behalten. Ja, ich arbeite daran. Ich weiß. Daran habe ich keinen Zweifel. Möge uns der Schöpfer beistehen. Möge uns das. Ich habe kein Level abbekommen. Ich sehe, wie weit ich entfernt bin. Noch ein bisschen noch. Danke fürs Zuschauen. Episode vorbei.